Die Sportakrobaten des SC Hoyerswerda konnten ihre gute Form am vergangenen Wochenende auch in Budapest bestätigen. Mit zwei ersten Plätzen der Damenpaare Lena Betnaz und Selima Bardin sowie Angelika Spielew und Huyen Trinti, als auch einem zweiten und einem dritten Platz waren die Hoyerswerda schon fast wie gewohnt außerordentlich erfolgreich. Die ungarische Hauptstadt war bereits zum dritten Mal Gastgeber des Agro-Cups. Sportler aus 14 Nationen hatten an dem Turnier teilgenommen.